Die Löwenmähne Die Löwenmähne Die Löwenmähne So muss ich also als mein eigener Chronist auftreten. Ach, wäre er doch bei mir gewesen, wie viel hätte er aus einem so wunderbaren Ereignis gemacht und aus dem Triumph, den ich schließlich über alle Widrigkeiten davontrug. Aber wie die Dinge liegen, muss ich die Geschichte auf die mir eigene, simple Art erzählen, indem ich mit meinen Worten jeden Schritt auf der gewundenen Straße beschreibe, die ich ging, als ich das Geheimnis der Löwenmähne enträtselte. Mein Landhaus steht an einem südlichen Hang und gewährt einen herrlichen Ausblick auf den Ärmelkanal. In diesem Abschnitt besteht die Küste aus Kreidefelsen und man kann sie nur auf einem langgezogenen, beschwerlichen Pfad hinuntersteigen, der dazu noch steil und schlüpfrig ist. Unten liegt über eine Strecke von hundert Yard Steingeröll und Kies, auch dann, wenn die Gezeiten ihren Höhepunkt erreicht haben. Hier und da stößt man aber auf Einbuchtungen und auf Gruben, die, von jeder Flut aufs Neue gefüllt, ausgezeichnete Schwimmbecken abgeben. Diese bewundernswürdige Strandlandschaft zieht sich nach beiden Seiten über einige Meilen weit hin, nur einmal von dem kleinen Schlupfhafen des Dorfes Fullworth unterbrochen. Mein Haus liegt einsam. Ich, meine alte Haushälterin und meine Bienen haben das ganze Anwesen für uns. Eine halbe Meile weiter dann betreibt Harold Stackhurst im Haus zu den Giebeln seine wohlbekannte Präparationsschule, in der sich ein paar Dutzend junge Männer unter Leitung einiger Lehrer auf verschiedene Berufe vorbereiten. Stackhurst war einmal ein berühmter Ruderer, im Boot von Oxford und ist ein ausgezeichneter, rundumgebildeter Gelehrter. Er und ich waren von dem Tag an befreundet, da ich mich dort niederließ, und er war der Einzige, mit dem ich so gut stand, dass wir einander abends ohne Einladung besuchen konnten. Gegen Ende Juli des Jahres 1907 herrschte ein schwerer Sturm, der den Kanal aufwärts blies, das Meer bis an die Klippen hob und beim Gezeitenwechsel eine Lagune zurückließ. An dem Morgen, von dem ich spreche, war der Wind abgeflaut, und die ganze Natur präsentierte sich rein gewaschen und frisch. An einem so köstlichen Tag war es unmöglich zu arbeiten, und so stromerte ich vor dem Frühstück umher und genoss die ausgezeichnete Luft. Ich ging den Klippenpfad entlang, der zu dem steilen Abstieg führte. Während ich so spazierte, hörte ich hinter mir einen Ruf, und dann sah ich Harold Stackhurst fröhlich winken. Was für ein Morgen, Mr. Holmes! Mir war danach, Sie ins Freie zu locken. Wie ich sehe, wollen Sie schwimmen. Schon wieder dabei, die alten Beobachtungstricks spielen zu lassen, sagte er lachend und klopfte auf seine prallgefüllte Tasche. Ja, Macpherson ist schon früh aufgebrochen, und ich hoffe, ihn da zu treffen. Fitzroy Macpherson war der Physiklehrer, ein angenehmer, aufrichtiger junger Mann, der an einer Herzkrankheit litt, die er von einem rheumatischen Fieber zurückbehalten hatte. Aber von Natur aus ein athletischer Typ glänzte er dennoch in allen Sportarten, die ihn nicht gar zu sehr anstrengten. Sommers wie winters ging er schwimmen, und da ich selber ein leidenschaftlicher Schwimmer bin, begleitete ich ihn oft. In diesem Augenblick sahen wir den Mann. Sein Kopf erschien am Rand der Klippen, dort, wo der Pfad endet. Dann wurde die ganze Gestalt sichtbar. Er torkelte wie ein Betrunkener. Eine Sekunde später warf er die Arme hoch, stieß einen schrecklichen Schrei aus und fiel vornüber. Staghurst und ich stürzten zu ihm hin, uns trennten vielleicht 50 Yard, und drehten ihn auf den Rücken. Augenscheinlich lag er im Sterben. Die glasigen, eingesunkenen Augen und die schrecklich blassen Wangen ließen keine andere Deutung zu. Für einen Moment trat wieder ein Funken Leben in sein Gesicht, und er stammelte eine dringliche Warnung. Er sprach unverständlich, aber ich glaubte, aus der letzten, mit einem Schrei von den Lippen gebrachten Äußerung die Worte »Mähne des Löwen« herauszuhören, etwas, das gänzlich belang- und sinnlos schien, und das ich doch so vernommen hatte und nicht anders auslegen konnte. Dann kam er noch einmal halb hoch, warf die Arme in die Luft und fiel zur Seite. Mein Begleiter war von dem plötzlichen Schreck gelähmt, aber in mir spannten sich, wie sich vorstellen lässt, die Sinne aufs Äußerste. Und das war auch nötig, denn im Nu wurde klar, dass wir vor einem außerordentlichen Fall standen. Der Mann trug nur seinen Burberry-Mantel, eine Hose und ein paar nicht zugeschnürte Leinenschuhe. Als er den Sturz tat, war der nur um die Schultern geworfene Mantel zu Boden geglitten und hatte den Oberkörper enthüllt. Auf ihn starten wir jetzt mit Entsetzen. Der Rücken war über und über mit dunkelroten Linien bedeckt, als wäre er mit einer dünnen Drahtpeitsche gegeißelt worden. Das Instrument, mit dem die Bestrafung geschehen war, musste offensichtlich sehr elastisch gewesen sein, denn die langen, blutig-roten Striemen zogen sich weiter um Schultern und Rippen. Vom Kinn tropfte Blut, weil er sich im Todeskampf die Unterlippe durchgebissen hatte. Das erschöpfte und verzerrte Gesicht ließ ahnen, wie furchtbar der Todeskampf gewesen sein musste. Als ich bei der Leiche kniete und Stackhurst neben mir stand, fiel ein Schatten auf uns und dann erkannten wir, dass Ian Murdoch zu uns getreten war. Murdoch war der Mathematiklehrer am Institut, ein großer, dunkler, dünner Mann, so schweigsam und in sich zurückgezogen, dass sich von niemandem sagen ließ, er sei sein Freund. Er schien in den höheren, abstrakten Gefilden der irrationalen mathematischen Größen und der Kegelschnitte zu leben und man konnte meinen, ihn verbinde kaum etwas mit dem gewöhnlichen Dasein. Die Studenten hielten ihn für einen sonderbaren Kauz und er wäre wohl Zielscheibe ihres Spots geworden, hätte nicht das fremdländische Blut in seinen Adern, angezeigt durch die kohlschwarzen Augen und die dunkle Gesichtsfarbe, gelegentlich zu Ausbrüchen geführt, die man nur als wild bezeichnen konnte. Einmal belästigte ihn ein kleiner Hund, der Macpherson gehörte. Er ergriff das Geschöpf und schleuderte es durch die Fensterscheibe, eine Handlungsweise, derentwegen ihn Staghurst bestimmt entlassen hätte, wäre er nicht ein so vorzüglicher Lehrer gewesen. Das also war der seltsame und komplizierte Mann, der sich jetzt zu uns gesellt hatte. Der Anblick schien ihn wirklich zu erschüttern, wenngleich, wie die Geschichte mit dem Hund beweist, nicht viel Sympathie zwischen dem Toten und ihm bestanden haben mochte. »Armer Kerl, armer Kerl, was kann ich nur tun? Wie kann ich helfen?« »Waren Sie mit ihm zusammen? Können Sie uns sagen, was geschehen ist?« »Nein, nein, ich bin heute Morgen verspätet. Ich war überhaupt nicht am Strand. Ich komme direkt von der Schule. Was kann ich tun?« »Laufen Sie gleich zum Polizeirevier in Fullworth und melden Sie den Vorfall.« Ohne ein Wort entfernte er sich eiligst und ich kümmerte mich weiter um die Angelegenheit, während Staghurst, noch ganz benommen von der Tragödie, neben der Leiche blieb. Natürlich musste ich zuerst feststellen, wer sich am Strand aufhielt. Von der höchsten Stelle des Pfads her konnte ich ihn ganz überblicken und ich fand ihn völlig verlassen, von den zwei oder drei Gestalten abgesehen, die sich in der Ferne nach dem Dorf Fullworth zu bewegten. Als dieser Punkt geklärt war, stieg ich langsam den Pfad hinunter. Der Grund war Lehm oder Weicher mit Kreide vermischter Mergel und so konnte ich da und dort den Abdruck immer desselben Fußes entdecken, einmal seewärts gerichtet, dann wieder aufsteigend. An diesem Morgen hatte also kein anderer den Weg beschritten. An einer Stelle fiel mir der Abdruck einer offenen Hand auf, die Finger wiesen hangaufwärts. Das konnte nur bedeuten, dass der arme Macpherson beim Aufstieg gefallen war. Es gab auch runde Abdrücke, die darauf schließen ließen, dass er mehrmals in die Knie gesunken war. Am Ende des Pfads hatte das zurückweichende Wasser eine recht ausgedehnte Lagune hinterlassen. Daneben hatte sich Macpherson ausgezogen, denn hier auf einem Felsstück lag sein Handtuch. Es war zusammengefaltet und trocken und so schien es möglich, dass er gar nicht im Wasser gewesen war. Einige Male stieß ich in Sandstellen im Geröll auf Abdrücke seines Leinenschuhs und auch seines nackten Fußes. Die Letzteren bewiesen, dass er sich zum Baden vorbereitet hatte, wenn auch das trockene Handtuch die Vermutung nahe legte, dass er nicht ins Wasser gegangen war. Nun stand das Problem klar umrissen vor mir. Ein Problem, das so ungewöhnlich war wie nur je eines, dem ich mich früher gegenüber gesehen hatte. Der Mann hatte nicht länger als höchstens eine Viertelstunde am Strand zugebracht. Stackhurst war ihm vom Haus zu den Giebeln nachgefolgt, so konnte in dem Punkte kein Zweifel bestehen. Macpherson wollte baden und hatte sich entkleidet, wie der Abdruck der nackten Füße bezeugte. Dann warf er sich plötzlich wieder in seine Kleider, unordentlich, er schloss die Knöpfe nicht und die Schuhe band er auch nicht zu und kehrte ohne gebadet, jedenfalls ohne sich abgetrocknet zu haben, wieder um. Und der Grund für diese Änderung der Absichten lag darin, dass man ihn irgendwie auf grausame, unmenschliche Weise gegeißelt, ihn derart gequält hatte, dass er sich in der Agonie die Lippe durchbiss und man hatte erst von ihm abgelassen, als ihm nur noch die Kraft geblieben war, fortzukriechen, um zu sterben. Wer hatte diese barbarische Tat begangen? Es gab kleine Grotten und Höhlen hier unten zwischen den Klippen, aber die Strahlen der schwachen Sonne fielen direkt in sie hinein, sodass sich dort niemand versteckt halten konnte. Dann waren da noch die Gestalten am Strand. Aber die schienen zu weit entfernt, man konnte sie nicht mit dem Verbrechen in Verbindung bringen und außerdem lag die Breite bis zum felsreichende Lagune, in der Macpherson hatte baden wollen, trennend zwischen ihnen und ihm. Auf dem Meer schwammen zwei oder drei Fischerboote in nicht zu weitem Abstand vom Land. Die Besatzungen würden bei passender Gelegenheit befragt werden. So gab es für die Untersuchung verschiedene Wege, aber keinen, der ein klar umrissenes Ziel erkennen ließ. Als ich schließlich zu der Leiche zurückkehrte, sah ich, dass sich eine kleine Gruppe Wanderer dort angesammelt hatte. Natürlich stand Staghurst noch da, und Murdoch war soeben mit dem Dorfkonstabler Anderson eingetroffen, einem großen Mann mit gelblichem Schnurrbart von der langsamen, soliden Art der Leute von Sussex, die hinter schwerfälligem, schweigsamem Äußeren viel gesunden Menschenverstand verbirgt. Er hörte zu, schrieb sich alles auf, was wir sagten, und zog mich schließlich beiseite. Ich wäre froh, wenn Sie mir raten könnten, Mr. Holmes. Die Sache ist ein paar Nummern zu groß für mich, und wenn ich was falsch mache, hängt mir Luz das an. Ich riet ihm, seinen unmittelbaren Vorgesetzten und einen Arzt zu benachrichtigen, ferner dafür Sorge zu tragen, dass nichts von seinem Platz bewegt würde und dass möglichst wenig neue Fußspuren hinzukämen. Ich durchsuchte dann noch die Taschen des Toten. Ich fand ein Taschentuch, ein großes Messer und ein kleines Visitenkartentäschchen, aus dem ein Stück Papier ragte. Ich entfaltete es und übergab es dem Konstabler. Da stand in krakeliger, weiblicher Handschrift, »Ich werde da sein, auf jeden Fall. Mordi.« Das deutete auf eine Liebesaffäre, auf ein Stell-dich-ein, wenn wir auch über Ort und Zeit nichts wussten. Der Konstabler steckte den Zettel wieder in das Täschchen und schob es mit den anderen Sachen zurück in eine Tasche des Burberry. Dann, da mir sonst nichts zu tun blieb, ging ich zu meinem Haus, um zu frühstücken, nicht ohne jedoch dafür gesorgt zu haben, dass auch unten bei den Klippen alles gründlich abgesucht würde. Stackhurst kam nach geraumer Zeit bei mir vorbei und berichtete, der Leichnam sei ins Haus zu den Giebeln gebracht worden. Dort sollte die amtliche Totenschau abgehalten werden. Er konnte mir auch genau einige schwerwiegende Neuigkeiten mitteilen. Wie ich erwartet hatte, war in den kleinen Höhlen unterhalb der Klippen nichts gefunden worden, aber er hatte die Papiere in Macphersons Schreibtisch durchgesehen und dabei etwas entdeckt, wovon sich herausstellte, dass es intime Korrespondenz mit einer gewissen Miss Maud Bellamy aus Fullworth war. Auf diese Weise wussten wir nun, wer die Nachricht geschrieben hatte. Die Briefe sind im Besitz der Polizei, erklärte er. Ich konnte sie also nicht mitbringen, aber ich darf sagen, es besteht kein Zweifel, dass es sich um eine ernsthafte Liebesaffäre handelt. Ich sehe jedoch keinen Grund, diese Angelegenheit mit dem furchtbaren Geschehen in Zusammenhang zu bringen, außer natürlich, die Dame war dort mit ihm verabredet. Wohl kaum an einer Stelle, wo sie alle zu baden pflegten, merkte ich an. Dass nicht einige Studenten Macpherson begleitet haben, ist reiner Zufall. Wirklich ein reiner Zufall? Staghurst legte gedankenvoll die Stirn in Falten. Ian Murdoch hat sie zurückgehalten, sagte er. Er bestand darauf, vor dem Frühstück Erläuterungen zur Algebra vorzutragen. Der arme Kerl ist tief betrübt wegen allem. Und doch waren er und der Tote keine Freunde, wie mir scheint. Es gab eine Zeit, da waren sie es nicht, aber ein Jahr oder noch länger stand Murdoch Macpherson so nahe, wie es ihm überhaupt mit jemandem möglich ist. Er ist von Natur nicht sehr gesellig. Das dachte ich auch. Haben sie mir nicht einmal etwas von einem Streit wegen der Misshandlung eines Hundes erzählt? Die Geschichte ist längst ausgestanden. Aber sind da nicht möglicherweise Rachegelüste zurückgeblieben? Nein, nein, ich bin sicher, sie waren wirklich Freunde. Nun gut, wir müssen in der Sache mit dem Mädchen weiterkommen. Kennen Sie sie? Jeder kennt sie. Sie ist die schönste der Gegend. Eine wirkliche Schönheit, Holmes, die überall Aufmerksamkeit erregt. Ich wusste, dass Macpherson von ihr angetan war, ahnte aber nicht, dass die Beziehung so weit ging, wie diese Briefe vermuten lassen. Wer ist sie? Die Tochter vom alten Tom Bellamy, dem alle Boote und Badehütten in Fullworth gehören. Als er anfing, war er ein einfacher Fischer. Jetzt ist er ein ziemlich vermögender Mann. Er und sein Sohn William betreiben das Geschäft gemeinsam. Sollen wir nach Fulham gehen und sie aufsuchen? Unter welchem Vorwand? Ein Vorwand findet sich leicht. Schließlich hat der arme Kerl sich auf diese abscheuliche Art nicht selber misshandelt. Die Geißel hat sich in irgendjemandes Hand befunden, wenn es wirklich eine Geißel war, womit diese Verletzungen zugefügt wurden. Sein Bekanntenkreis in dieser einsamen Gegend war sicherlich begrenzt. Wenn wir den nach allen Richtungen durchforschen, können wir das Motiv kaum verfehlen, und das wiederum wird uns zu dem Verbrecher führen. Der Spaziergang über die nach Thymian duftenden Hügel wäre angenehm gewesen, wären unsere Hirne nicht von der Tragödie, deren Zeugen wir geworden waren, vergiftet gewesen. Das Dorf Fullworth umgab im Halbkreis eine Strandbucht. Hinter dem altertümlichen Dorf, wo das Land ansteigt, waren einige moderne Häuser errichtet. Zu einem geleitete mich Staghurst. Das ist der Hafen, wie Bellamy sein Haus nennt. Dort, das mit dem Eckturm und dem Schieferdach. Nicht schlecht für einen Mann, der mit nichts angefangen hat, als einem, aber lieber Gott, was ist denn das? Die Gartenpforte wurde geöffnet, und ein Mann trat heraus. Die hochgewachsene, eckige, einsame Gestalt konnte nicht missdeutet werden. Es war Ian Murdoch, der Mathematiker. Einen Augenblick später standen wir ihm auf der Straße gegenüber. Hallo, sagte Staghurst. Der Mann nickte uns zu, streifte uns mit einem Seitenblick aus seinen seltsamen, dunklen Augen und wäre an uns vorübergegangen, hätte sein Chef ihn nicht gestellt. Was tun Sie hier? fragte er. Murdochs Gesicht lief rot an vor Wut. Ich bin Ihr Untergebener, Sir, unter Ihrem Dach. Ich bin mir jedoch nicht bewusst, dass ich Ihnen im geringsten Rechenschaft über mein Privatleben schulde. Staghursts Nerven lagen bloß, nach allem, was er durchgemacht hatte. Sonst hätte er sich vielleicht zurückgehalten, aber er verlor völlig die Geduld. Unter den gegebenen Umständen, Mr. Murdoch, ist Ihre Antwort die reine Unverschämtheit. Vielleicht fällt Ihre Frage unter denselben Begriff. Es ist heute ja nicht zum ersten Mal, dass ich Ihre unbotmäßige Art übersehen soll. Auf jeden Fall aber ist es das letzte Mal. Sehen Sie sich freundlicherweise so schnell als möglich nach einem anderen Fortkommen um. Das hatte ich ohnehin vor. Heute habe ich den einzigen Menschen verloren, der das Haus zu den Giebeln erträglich machte. Und er ging seines Weges, während Staghurst ihm mit wütenden Blicken nachstarrte. »Ist das nicht ein unmöglicher, unerträglicher Mensch?« rief er. Das Einzige, was sich mir mit Macht einprägte, war der Umstand, dass Ian Murdoch die erste sich bietende Gelegenheit ergriffen hatte, um den Schauplatz des Verbrechens zu verlassen. Verdacht, noch unbestimmt und nebulös, nahm in meinem Hirn Gestalt an. Vielleicht konnte der Besuch bei den Bellamys einiges Licht in die Angelegenheit bringen. Staghurst fasste sich und gemeinsam gingen wir auf das Haus zu. Es stellte sich heraus, dass Mr. Bellamy ein Mann in mittleren Jahren mit einem flammetroten Bart war. Er schien sehr ärgerlicher Stimmung und sein Gesicht war ebenso rot wie sein Bart. »Nein, Sir, ich möchte nicht in die Einzelheiten gehen. Mein Sohn«, »er wies auf einen mächtigen jungen Mann mit massigem, finsterem Gesicht in einer Ecke des Wohnzimmers, »ist wie ich der Meinung, dass Mr. Macphersons Aufmerksamkeiten gegenüber Mord beleidigend waren.« »Jawohl, Sir, das Wort »Heirat« ist nie laut geworden. Und doch gab es Briefe und »Stell dich eins« und noch vieles sonst. Das konnten wir nicht dulden. Sie hat keine Mutter mehr, nur wir beide sind ihre Beschützer. Wir sind entschlossen«, »wir sind entschlossen«, aber die Worte wurden ihm durch das Erscheinen der jungen Dame selbst vom Mund genommen. Es ließ sich nicht leugnen, sie hätte jeder Gesellschaft in der Welt zur Zierde gereicht. Wer hätte sich vorgestellt, dass eine solch einmalige Blume aus solchen Wurzeln sprießen und in solch einer Atmosphäre gedeihen konnte? Selten habe ich mich von Frauen angezogen gefühlt, denn mein Verstand hat immer die Herrschaft über mein Herz behalten, aber dieses schön geschnittene Gesicht, in dessen zarter Tönung sich die sanfte Frische des Küstenlandes niedergeschlagen hatte, konnte ich dennoch nicht anschauen, ohne gewahr zu werden, dass es keinem jungen Mann gelingen würde, ihren Pfad unbeschadet zu kreuzen. Von der Art also war das Mädchen, das die Tür geöffnet hatte und nun großäugig und gespannt vor Harold Stackhurst stand. »Ich weiß schon, dass Fitzroy tot ist«, sagte sie, »zögern Sie nicht, mir Näheres mitzuteilen.« »Der andere Herr, mit dem du verkehrst, hat uns die Nachricht gebracht«, erklärte der Vater. »Ich sehe nicht ein, warum meine Schwester in die Sache hineingezogen werden soll«, grollte der jüngere Mann. Die Schwester warf ihm einen scharfen, heftigen Blick zu. »Das ist meine Angelegenheit, William. Überlass es mir bitte, sie auf meine Weise zu regeln. Schließlich ist ein Verbrechen verübt worden. Wenn ich dazu beitragen kann, den ausfindig zu machen, der es begangen hat, so wäre dies das Mindeste, was ich für den Toten tun kann.« »Mit ungeteilter Konzentration«, die mir bedeutete, dass sie neben der großen Schönheit auch einen starken Charakter besaß, lauschte sie einem kurzen Bericht meines Begleiters. »Maud Bellamy wird mir für immer als eine höchst vollkommene und bemerkenswerte Frau in Erinnerung bleiben. Anscheinend kannte sie mich schon vom Sehen, denn am Ende wandte sie sich an mich. »Bringen Sie sie vor den Richter, Mr. Holmes. Sie können auf meine Sympathie und auf meine Hilfe zählen, wer immer die Täter sein mögen.« Mir schien, als blickte sie dabei herausfordernd ihren Vater und ihren Bruder an. »Vielen Dank«, sagte ich, »ich schätze den Instinkt einer Frau in solchen Lagen hoch. Sie gebrauchten das Wort »sie«, »denken Sie, dass mehrere beteiligt sind?« »Ich kannte Mr. Macpherson gut genug, um zu wissen, dass er ein tapferer und starker Mann war. Kein einzelner Mensch hätte solch einen Frevel an ihm verüben können.« »Dürfte ich mit Ihnen ein Wort unter vier Augen wechseln?« »Misch dich dann nicht ein, Maud«, rief ihr Vater wütend. Hilflos sah sie mich an. »Was soll ich tun?« »Bald wird die ganze Welt die Tatsachen kennen, und so kann es nicht schaden, wenn wir sie hier besprechen«, sagte ich. »Ich hätte eine vertrauliche Unterhaltung vorgezogen, aber wenn Ihr Vater es nicht gestatten will, muss er an der Erörterung teilnehmen.« Ich erzählte von der Nachricht, die in der Tasche des Mannes gefunden worden war. »Sicherlich wird sie bei der gerichtlichen Voruntersuchung eine Rolle spielen. Dürfte ich Sie bitten, den Umstand nach Möglichkeit zu erhellen?« »Ich sehe nicht, weshalb ich ein Geheimnis daraus machen sollte«, antwortete sie. »Wir waren verlobt, wollten heiraten und haben das nur für uns behalten, weil Fitzroy's Onkel, der sehr alt ist und von dem es heißt, dass er bald sterben werde, ihn im Falle einer Heirat gegen seinen Willen vielleicht enterbt hätte. Es gab keinen anderen Grund.« »Das hättest du uns sagen können«, brummte Mr. Bellamy. »Das wäre geschehen, wenn du jemals Sympathie gezeigt hättest.« »Ich habe etwas dagegen, dass sich meine Tochter mit Männern anfreundet, die nicht zu unserem Stand gehören.« »Es war dein Vorurteil gegen ihn, das uns hinderte, dir etwas zu sagen. Und was zu meiner Nachricht noch zu sagen wäre«, sie kramte in ihrem Kleid und förderte einen zerknitterten Zettel zutage, »sie war eine Antwort auf dies hier.« »Liebste«, lautete die Botschaft, »an der gewohnten Stelle am Strand, Dienstag, gleich nach Sonnenuntergang. Zu anderer Zeit kann ich nicht von hier weg, FM. Heute ist Dienstag, und heute Abend wollte ich mich mit ihm treffen. Ich betrachtete den Zettel. Das ist nie mit der Post gekommen, wie haben sie ihn erhalten? Die Frage möchte ich lieber nicht beantworten, sie hat wirklich nichts mit dem Fall zu tun, indem sie Nachforschungen anstellen, aber auf alles, was damit wirklich zusammenhängt, werde ich freimütig Antwort geben. Sie stand zu ihrem Wort, aber aus dem, was sie dann sagte, sprang nichts heraus, das für die Untersuchung von Nutzen gewesen wäre. Sie konnte keinen Hinweis auf geheime Feinde ihres Verlobten geben, bejahte aber, dass sie mehrere heiße Verehrer besäße. »Dürfte ich erfahren, ob Mr. Ian Murdoch dazu gehörte?«, fragte ich. Sie errötete und schien verwirrt. Es gab eine Zeit, da dachte ich es, aber das änderte sich, als er begriff, in welchem Verhältnis Fitzroy und ich zueinander standen. Wieder schienen mir die Schatten um diesen seltsamen Mann bestimmte Gestalt anzunehmen. Seine Vergangenheit musste überprüft werden, seine Zimmer mussten ohne sein Wissen durchsucht werden. Auf Staghursts Unterstützung war zu rechnen, denn auch in seiner Vorstellung verdichtete sich der Verdacht. Als wir von unserem Besuch im Haus Derhafen zurückkehrten, hegten wir die Hoffnung, dass wir ein freies Ende des verworrenen Knäuels in die Hand bekommen hatten. Eine Woche war vergangen. Die gerichtliche Voruntersuchung hatte kein Licht in den Fall gebracht und war zu weiterer Beweiserhebung vertagt worden. Staghurst hatte vorsichtig Ermittlungen über seinen Untergebenen angestellt und seine Zimmer waren oberflächlich inspiziert worden, aber ohne Ergebnis. Ich selber hatte das ganze Tatgeschehen noch einmal durchforscht, in Praxis und auch geistig, doch keinerlei neue Schlussfolgerungen erlangt. Der Hörer wird in den vielen Berichten über meine Arbeit nicht noch einen Fall finden, der mich so völlig an den Rand meiner Möglichkeiten gebracht hätte. Sogar meine Fantasie fand keine Lösung des Geheimnisses. Und dann ereignete sich der Zwischenfall mit dem Hund. Es war meine alte Haushälterin, die als erste davon erfuhr, über die eigenartige, drahtlose Telegrafie, mittels derer solche Leute das Neueste erfahren. Traurige Geschichte, Sir, das mit dem Hund von Mr. Macpherson, sagte sie eines Abends. Im Allgemeinen ermutige ich derartige Gespräche nicht, aber die Worte erregten meine Aufmerksamkeit. Was ist mit Mr. Macpherson's Hund? Er ist tot, Sir, gestorben aus Trauer, um seinen Herrn. Woher wissen sie das? Darüber sprechen doch alle. Er hat sich den Verlust schrecklich zu Herzen genommen und eine Woche lang nichts mehr gefressen. Und heute haben ihn zwei der jungen Herren aus dem Haus zu den Giebeln tot aufgefunden, unten am Strand, Sir, an derselben Stelle, wo seinen Herrn der Tod ereilte. An derselben Stelle? Die Worte prägten sich mir klar ins Gedächtnis. Nebelhaft setzte sich die Vorstellung in mir fest, dass die Sache entscheidend sein könnte. Dass der Hund gestorben war, stimmte ganz mit der herrlichen, treuen Art der Hunde überein. Aber an derselben Stelle? Warum sollte der einsame Strand verhängnisvoll für den Hund geworden sein? War es möglich, dass auch er das Opfer einer Rache wurde? War es möglich? Gewiss, die Vorstellung war nebelhaft, begann aber schon irgendwie in meinem Kopf Form anzunehmen. Einige Minuten später befand ich mich auf dem Weg zum Haus zu den Giebeln, wo ich Staghurst in seinem Arbeitszimmer antraf. Auf mein Begehren schickte er nach Sudbury und Blount, den beiden Studenten, die den Hund gefunden hatten. Ja, er lag direkt am Wasser, sagte einer von ihnen. Er muss der Spur seines toten Herrn gefolgt sein. Ich sah das treue, kleine Geschöpf, wie es in der Halle auf einer Matte lag. Ein Airdale Terrier. Der Körper war starr und steif, die Augen hervorgetreten, die Glieder verdreht. Vom ganzen Tier war der Todeskampf abzulesen. Vom Haus zu den Giebeln ging ich zu der Badestelle hinunter. Die Sonne war gesunken und der Schatten der großen Klippe lag schwarz über dem Wasser, das stumpf schimmerte wie eine Bleiplatte. Die Gegend war verlassen, nur zwei Seevögel zogen oben, kreischend ihre Kreise. Im schwindenden Licht konnte ich eben noch die Spur des kleinen Hundes erkennen. Sie verlief im Sand genau um den Stein herum, auf dem das Handtuch seines Herrn gelegen hatte. Lange stand ich da, tief in Überlegungen versunken, derweil die Schatten rings dunkler wurden. In meinem Kopf jagten sich die Gedanken. Jeder hat erfahren, was es heißt, einen Albtraum zu durchleben. Man fühlt, dass es ein bestimmtes Ding von äußerster Wichtigkeit gibt, nach dem man sucht und von dem man weiß, dass es da ist und dass man dennoch nie zu fassen bekommt. Genau das erlebte ich an jenem Abend, als ich allein an der Stätte des Todes stand. Schließlich riss ich mich los und wandte mich langsam heimwärts. Ich hatte eben den Pfad bewältigt, als mir die Eingebung kam. Blitzartig bildete sich mir die Erinnerung an das, wonach ich so eifrig vergebens gesucht hatte. Sicherlich wissen Sie, oder Watson hätte mit seiner Schreiberei nichts ausgerichtet, dass ich über einen großen Vorrat von ziemlich abgelegenen und wissenschaftlich überhaupt nicht systematisierten Kenntnissen verfüge, die mir bei meiner Arbeit dennoch sehr zugutekommen. Mit meinem Hirn ist es wie mit einem überfüllten Lagerhaus, in das alle Sorten von Paketen abgelegt wurden, und zwar in solcher Menge, dass ich nicht einmal einen ungefähren Begriff davon habe, was sich alles darin befindet. Ich hatte gewusst, dass es etwas gab, das auf den Fall passen würde. Die Vorstellung war verschwommen, aber wenigstens wusste ich, wie ich sie würde klären können. Sie erschien zwar ungeheuerlich, unglaublich und lag doch im Bereich des Möglichen. Ich wollte sie bis zum Letzten erproben. Mein kleines Haus besitzt einen großen Dachboden, der mit Büchern vollgestopft ist. Dorthin zog ich mich zurück und suchte eine Stunde lang herum. Nach dieser Zeit tauchte ich wieder auf, mit einem kleinen Buch mit schokoladenbraunem Einband und silbernen Lettern. Begierig schlug ich das Kapitel auf, an das ich mich verschwommen erinnerte. Ja, es war wirklich eine weit hergeholte, unwahrscheinliche Annahme, und doch konnte ich keine Ruhe finden, ehe ich mich nicht überzeugt hatte, ob sie zutraf. Ich ging sehr spät zu Bett, den Kopf voller Gedanken an die Arbeit des kommenden Tages. Aber meine Arbeit erfuhr eine ärgerliche Verzögerung. Kaum hatte ich meine erste Tasse Tee in mich hineingegossen und wollte mich auf den Weg zum Strand machen, als Inspektor Bardl von der Polizei in Sussex mich aufsuchte. Ein sicher auftretender, solider, bulliger Mann, der mich kummervoll anblickte. Ich weiß, Sie sind ein ungeheuer erfahrener Mann, Sir, sagte er. Ich komme ganz inoffiziell und niemand braucht etwas davon zu erfahren, aber ich bin im Macpherson-Fall mit meinem Latein ziemlich am Ende. Es stellt sich die Frage, soll ich ihn verhaften oder nicht? Meinen Sie Ian Murdoch? Ja, Sir, wie oft man darüber auch nachdenkt, es kann kein anderer gewesen sein. Das ist der Vorteil dieser abgelegenen Gegend. Wir können hier den Kreis sehr einengen. Wenn er es nicht getan hat, wer soll es dann getan haben? Was bringen Sie gegen ihn vor? Er hatte in der gleichen Furche wie ich geackert. Da war die Frage nach Murdochs Charakter und dem Geheimnis, das diesen Mann anscheinend umgab. Diese wilden Temperamentsausbrüche, wie zum Beispiel bei dem Zwischenfall mit dem Hund. Die Tatsache, dass er sich früher einmal mit Macpherson gestritten hatte. Der gewisse Verdacht, dass er Macphersons Beziehung zur Miss Bellamy übel nahm. Der Inspektor war auf diese Punkte gestoßen, hatte aber keine neuen Aspekte zu bieten, bis auf den einen, dass Murdoch Vorbereitungen zur Abreise zu treffen schien. In welche Lage würde ich geraten, wenn ich ihn entkommen ließe, bei all dem Verdacht, der sich gegen ihn angehäuft hat? Der plumpe, phlegmatische Mann war sehr besorgt. Bedenken Sie, sagte ich, all die wesentlichen Leerstellen in dem Fall. Für den Morgen des Verbrechens kann er mit Sicherheit ein Alibi beibringen. Er ist bis zum letzten Augenblick mit seinen Schülern zusammen gewesen und stieß erst einige Minuten nach Macphersons Auftauchen aus entgegengesetzter Richtung zu uns. Und überlegen Sie ferner die absolute Unmöglichkeit, dass er allein seine Wut an einem Mann ausgelassen haben könnte, der genauso stark war wie er selbst. Und schließlich bleibt die Frage nach dem Instrument, mit dem diese Verwundungen zugefügt worden sind. Was anderes als eine Geißel oder eine biegsame Peitsche hat das sein können? Haben Sie seine Wunden untersucht? fragte ich. Ich habe sie mir angesehen, genau wie der Doktor. Aber ich habe sie sehr behutsam untersucht, mit einer Lupe. Sie weisen Besonderheiten auf. Woher stammen sie? Ich ging zu meinem Schreibpult und holte eine vergrößerte Fotografie heraus. Das ist in solchen Fällen meine Methode, erläuterte ich. Sie erledigen Ihre Arbeit gründlich, Mr. Holmes. Ich wäre kaum der geworden, der ich bin, wenn ich das nicht täte. Betrachten wir einmal diese Strieme, die sich bis über die rechte Schulter zieht. Fällt Ihnen daran nichts Bemerkenswertes auf? Ich kann nichts entdecken. Ganz augenscheinlich ist sie nicht überall gleich stark. Hier sehen Sie einen Fleck, ausgetretenes Blut. Dort noch einen. Ähnliche Merkmale finden sich unten an dem anderen Striemen. Worauf könnte das hindeuten? Ich habe keine Erklärung. Sie etwa? Vielleicht habe ich eine, vielleicht auch nicht. Bald werde ich in der Lage sein, dazu mehr zu sagen. Alles, was bestimmen hilft, woher die Striemen stammen, wird uns dem Verbrecher ein großes Stück näher bringen. Es ist natürlich eine absurde Idee, sagte der Polizist. Aber wenn über dem Rücken ein rotglühendes Drahtnetz gelegen hätte, dann wären die ausgeprägten Marken die Kreuzungsstellen der Drähte. Ein höchst scharfsinniger Vergleich. Oder sollten wir annehmen, es sieht aus wie von einer sehr straffen, neunschwänzigen, mit kleinen harten Knoten besetzten Katze? Bei Gott, Mr. Holmes, ich glaube, Sie haben es getroffen. Die Striemen können aber auch von etwas anderem herrühren, Mr. Badl. Ihre Sache ist jedenfalls viel zu schwach für eine Verhaftung. Außerdem gibt es dieses letzte Wort, Löwenmähne. Ich fragte mich schon, ob nicht Ian, ja, das habe ich auch in Betracht gezogen, wenn Mähne so ähnlich wie Murdoch geklungen hätte, aber das hat es nicht. Er schrie fast, ich bin sicher, dass es Mähne hieß. Können Sie denn keine Alternative anbieten, Mr. Holmes? Vielleicht kann ich Sie anbieten, aber ich möchte Sie nicht diskutieren, ehe wir nicht solideres in der Hand haben, um es zu diskutieren. Und wann wird das sein? In einer Stunde, möglicherweise schon früher. Der Inspektor rieb sich das Kinn und sah mich zweifelnd an. Ich wollte, ich könnte lesen, was in Ihrem Kopf vorgeht, Mr. Holmes. Vielleicht denken Sie an die Fischerboote? Nein, nein, die lagen zu weit draußen. Na gut, vielleicht meinen Sie Bellamy und seinen großen Sohn. Die beiden waren nicht gerade gut, auf Mr. Macpherson zu sprechen. Könnten die sich an ihm vergriffen haben? Geben Sie sich keine Mühe, Sie locken mich nicht aus der Reserve, bevor ich fertig bin, sagte ich und musste lächeln. Jetzt aber, Inspektor, hat ein jeder von uns seine eigene Arbeit zu erledigen. Wenn Sie mich vielleicht gegen Mittag hier treffen wollen? So weit war ich gekommen, als sich etwas Furchtbares ereignete, das das Ende einleitete. Die Haustür wurde aufgerissen. Wir hörten irrende Schritte im Flur, und dann taumelte Ian Murdoch ins Zimmer. Bleich, aufgelöst, die Kleidung in wilder Unordnung. Die knochigen Hände krallten sich an den Möbeln fest. So hielt sich der Mann aufrecht. »Kognak, Kognak«, stieß er hervor und fiel dann stöhnend auf Sofa. Er war nicht allein. Hinter ihm kam, keuchend und ohne Hut, Stackhurst, fast genauso Disträh wie sein Gefährte. »Ja, ja, Kognak«, schrie er. »Der Mann tut bald seine letzten Schnaufer. Ich konnte ihn eben noch hierher bringen. Unterwegs hat er zweimal das Bewusstsein verloren.« Ein halbes Wasserglas von dem starken Weinbrand vollbrachte eine wundersame Wandlung. Mit einem Arm stützte Murdoch sich hoch und warf den Rock von den Schultern. »Um Himmels Willen, Öl, Opium, Morphium«, schrie er, »egal was, dass es nur den höllischen Schmerz lindert.« Der Inspektor und ich schrien auf bei dem gebotenen Anblick. Kreuz und quer über die nackten Schultern des Mannes zogen sich netzartig die roten, entzündeten Striemen, die bei Fitzroy Macpherson die Zeichen des Todes gewesen waren. Es schmerzte offensichtlich schrecklich, und der Schmerz war nicht lokal begrenzt, denn der Leidende hörte für eine Zeit aufzuatmen, und sein Gesicht lief schwarz an. Dann wieder griff er sich schwer atmend ans Herz, und Schweißperlen standen ihm auf der Stirn. Jeden Augenblick konnte der Tod eintreten. Immer mehr Kognak schütteten wir in ihn hinein, und jedes neue Glas brachte ihn für kurze Zeit wieder zum Leben zurück. In Salatöl getunkte Wattebäusche schienen den Todesschmerz, der von den seltsamen Wunden ausging, zu lindern. Schließlich fiel sein Kopf schwer aufs Kissen. Die erschöpfte Natur hatte Zuflucht in der letzten Bastion der Lebenskraft gefunden. Er sank in einen Zustand zwischen Schlaf und Bewusstlosigkeit, aber jedenfalls schien der Schmerz gemildert. Ihn zu befragen war jetzt unmöglich, aber in dem Moment, da wir hinsichtlich seiner Verfassung Gewissheit besaßen, wandte sich Stackhurst mir zu. Mein Gott, rief er, was ist das, Holmes, was ist das? Wo haben sie ihn gefunden? Unten am Strand, genau dort, wo der arme Macpherson sein Ende fand. Wenn sein Herz so schwach wäre wie das von Macpherson, läge er jetzt nicht hier. Mehr als einmal auf dem Weg hierher dachte ich, er sei schon tot. Bis zum Haus zu den Giebeln war es zu weit, deshalb brachte ich ihn zu ihnen. Sahen sie ihn am Strand? Ich spazierte oben auf dem Klippenweg, da hörte ich ihn schreien. Er stand direkt am Wasser, taumelte wie ein Betrunkener. Ich lief hinunter, warf ihm ein paar Kleidungsstücke über und zog ihn mit mir. Um Himmels Willen, Holmes, nutzen Sie all Ihre Fähigkeiten und scheuen Sie keine Mühe, um diesen Ort vom Fluch zu befreien. Das Leben hier ist allen unerträglich geworden. Können Sie, der weltbekannte Detektiv, denn nichts für uns tun? Ich glaube, ich kann, Stackhurst. Kommen Sie sofort mit mir. Auch Sie, Inspektor. Wir wollen doch sehen, ob wir Ihnen diesen Mörder nicht liefern können. Wir überließen den Bewusstlosen der Pflege meiner Haushälterin und begaben uns zu der tödlichen Lagune. Auf einem Stein lag das Häuflein Handtücher und Kleider, das der angefallene Mann zurückgelassen hatte. Langsam schritt ich neben dem Wasser hin. Meine Begleiter folgten mir im Gänsemarsch. Es war ziemlich seicht, aber unter der Klippe, wo die Gezeiten den Sand weggespült hatten, erreichte es eine Tiefe von vier oder fünf Fuß. Dorthin würde jeder Schwimmer streben, und das Wasser war kristallklar und wunderbar durchsichtig. Eine Reihe Felsblöcke lag am Fuß der Klippe, und darüber setzte ich meinen Weg fort, unverwandt scharf in die Tiefe spähend. Als ich die stillste und tiefste Stelle erreicht hatte, erblickte ich, wonach ich gesucht hatte, und konnte einen Triumphschrei nicht zurückhalten. »Zyanea«, schrie ich, »Zyanea! Da sehen Sie die Löwenmähne!« Das fremdartige Objekt, auf das ich deutete, war eine wirre Masse, die wirklich so aussah, als sei sie von der Mähne eines Löwen abgerissen. Es lag auf einem Felsbrocken, vielleicht drei Fuß tief unter Wasser, eine wedelnde, zitternde, haarige Kreatur mit Silberfäden zwischen gelben Haaren. Langsam und schwerfällig dehnte sie sich aus, zog sich wieder zusammen. »Sie hat genug Unglück angerichtet. Ihre Tage sind vorbei«, rief ich. »Helfen Sie mir, Stackhurst. Wir wollen dem Mörder für immer das Handwerk legen.« Wir ruckelten an einem großen Stein, bis er unter fürchterlichem Spritzen ins Wasser stürzte. Nachdem die Ringe sich verzogen hatten, sahen wir, dass er genau auf den Felsbrocken unter Wasser gefallen war. Eine wedelnde, gelbe Franse zeigte an, dass unser Opfer dazwischen lag. Dicker, öliger Schaum stieg langsam an die Oberfläche und verschmutzte das Wasser. »Das wirft mich um«, rief der Inspektor. »Was war das? Ich bin in dieser Gegend geboren und aufgewachsen, aber ich habe so ein Ding noch nie gesehen. Das gehört nicht nach Sussex.« »Zum Glück für Sussex«, antwortete ich. »Vielleicht war es der Sturm aus Südwest, der es mitgeschwemmt hat. Kommen Sie, gehen wir ins Haus zurück, und ich werde Sie mit der fürchterlichen Erfahrung eines Mannes bekannt machen, der allen Grund hatte, sein Zusammentreffen mit dieser Gefahr des Meeres in der Erinnerung zu bewahren.« Als wir mein Arbeitszimmer betraten, fanden wir einen Murdoch vor, der sich so weit erholt hatte, dass er wieder sitzen konnte. Er war noch benommen, und dann und wann durchschüttelte ihn ein Schmerzanfall. Stockend erklärte er uns, er habe keinen Begriff davon, was ihm geschehen sei, abgesehen von plötzlichen Schmerzen, die ihn durchzuckten, und dass er alle körperlichen und seelischen Kräfte habe anspannen müssen, um das Ufer zu erreichen. »Durch dieses Buch«, sagte ich und nahm den kleinen Band, »ist das erste Licht in einen Fall gekommen, der sonst möglicherweise für immer im Dunkeln geblieben wäre.« Sein Titel lautet »In der freien Natur«, und der Verfasser ist der berühmte Forscher J. G. Wood. Wood selbst wäre fast an der Berührung mit diesem abscheulichen Geschöpf zugrunde gegangen, und so wusste er genau, was er schrieb. »Cyanea capillata«, so lautet der volle Name des Ungeheuers, und eine Berührung mit ihm kann so lebensgefährlich und weitaus schmerzlicher sein als der Biss der Kobra. Lassen Sie mich kurz das Wesentliche zusammenfassen. Wenn der Badende einer losen, rundlichen Masse von gelbbraunen Schleimhäuten und Fiebern ansichtig wird, die aussieht wie ein großes Stück Löwenmähne, in dem auch Silberfäden erkennbar sind, soll er sich aufs Äußerste in Acht nehmen, denn es handelt sich um die schreckliche »Cyanea capillata«. Könnte es eine treffendere Beschreibung des Monsters geben, das auch wir sahen? Anschließend stellt der Autor seine Begegnung mit dem Geschöpf vor der Küste von Kent dar. Er teilt die Erfahrung mit, dass es beinahe unsichtbare Fäserchen auf eine Entfernung von 50 Fuß aussendet und dass jedem, der sich in diesem Umkreis des todbringenden Zentrums befindet, Lebensgefahr droht. Wood selber hatte einen beträchtlichen Abstand, und doch war es fast um ihn geschehen. Die Fäserchen riefen auf der Haut hellrote Linien hervor, bei näherer Betrachtung unzählige winzige Knötchen oder Pusteln, und alle diese Verletzungen senden einen Schmerz durch die Nervenbahnen, der dem von glühenden Nadeln verursachten vergleichbar ist. Der örtliche Schmerz, erklärt er, war aber das geringste der außerordentlichen Qual. Schmerzanfälle zerrissen mir die Brust, dass ich wie von einer Kugel getroffen zu Boden fiel. Der Puls wurde schnell schwächer, und dann machte das Herz sechs oder sieben wilde Sprünge, als wollte es mit Gewalt aus der Brust ausbrechen. Er wäre fast daran gestorben, obwohl seine Begegnung im aufgewühlten Meer und nicht im ruhigen Wasser eines Badesees stattfand. Er schreibt, dass er sich hinterher kaum wiedererkannt habe, so bleich, zerfurcht und zusammengefallen war sein Gesicht. Er trank dann gierig Kognak, eine ganze Flasche, und das scheint ihm das Leben gerettet zu haben. Hier ist das Buch, Inspektor. Es enthält die vollständige Erklärung der Tragödie des armen Macpherson. »Und mich befreit es nebenbei auch noch vom Verdacht«, fügte Ian Murdoch mit einem gequälten Lächeln hinzu. »Ich mache Ihnen keine Vorwürfe, Inspektor. Und Ihnen auch nicht, Mr. Holmes, denn es war nur natürlich, dass Sie mich verdächtigten. Mir scheint, als hätte sich unmittelbar vor der Verhaftung meine Unschuld dadurch erwiesen, dass ich das Schicksal meines bedauernswerten Freundes teilen musste.« »Nein, Mr. Murdoch, ich befand mich bereits auf der richtigen Spur, und wäre ich so zeitig aus dem Haus gekommen, wie es meine Absicht war, hätte ich Sie sehr wohl vor diesem schrecklichen Erlebnis bewahren können.« »Aber woher nahmen Sie nur dieses Wissen, Mr. Holmes?« »Ich bin ein Allesleser mit sonderbar zähem Gedächtnis für Kleinigkeiten. Das Wort »Löwenmähne« rumorte in meinem Kopf. Ich wusste, ich war irgendwo in unerwartetem Zusammenhang auf die Bezeichnung gestoßen. Wie Sie sehen konnten, charakterisiert Sie das Geschöpf ziemlich genau. Zweifellos trieb es an der Wasseroberfläche, als Macpherson es entdeckte, und nur mit dieser Umschreibung konnte er uns vor der Kreatur warnen, die seinen Tod verursacht hatte. »So bin ich denn wenigstens entlastet«, sagte Murdoch und erhob sich mühsam. »Ich möchte aber noch ein paar erklärende Worte äußern, denn ich weiß, in welcher Richtung sich ihre Untersuchungen bewegten. Es stimmt, ich liebte die junge Dame, aber von dem Tag an, da sie sich für meinen Freund Macpherson entschieden hatte, war mein ganzes Streben darauf gerichtet, ihnen zum Glück zu verhelfen. Ich stand beiseite und begnügte mich damit, ihr Bote zu sein. Oft habe ich Botschaften hin- und hergetragen, und weil ich ihr Vertrauen genoss und weil sie mir so lieb war, beeilte ich mich, ihr den Tod meines Freundes mitzuteilen, denn eh irgendjemand, der ihr die Nachricht zu plötzlich und herzlos überbracht hätte, mir zuvorkommen konnte. Sie wollte ihnen nichts über unsere Beziehung sagen, denn sie befürchtete, sie könnten sie tadelnswert finden, und ich müsste darunter leiden. Doch mit ihrer Erlaubnis möchte ich nun versuchen, zum Haus zu den Giebeln zurückzugehen. Es verlangt mich sehr nach meinem Bett. Staghurst streckte ihm die Hand entgegen. Unsere Nerven waren zum Zerreißen gespannt, sagte er. Vergeben Sie mir, was in der Vergangenheit geschah. In der Zukunft werden wir uns besser verstehen. Sie verließen Arm in Arm das Zimmer als Freunde. Der Inspektor blieb noch und starrte mich aus seinen ochsenhaften Augen an. Also das haben Sie geschafft, rief er schließlich. Ich hatte schon über Sie gelesen, wollte aber nicht glauben, was man über Sie schreibt. Es ist wunderbar. Ich konnte nur abwehrend den Kopf schütteln, denn solches Lob anzunehmen hätte bedeutet, unter das eigene Niveau zu gehen. Zu Beginn war ich schwerfällig, sträflich schwerfällig. Hätte die Leiche im Wasser gelegen, wäre ich wohl kaum fehlgegangen. Es war das Handtuch, das mich auf die falsche Fährte gebracht hat. Dem armen Burschen war es natürlich unmöglich, daran zu denken, sich abzutrocknen, und so gab es bei mir den Fehlschluss, dass er nicht im Wasser gewesen sei. Da konnte ich denn auch nicht gleich auf den Gedanken verfallen, dass ein Wassertier hinter dem Angriff steckte. An dem Punkt ging ich in die Irre. Nun gut, Inspektor, ich habe mir erlaubt, die Herren von der Polizei ein bisschen aufzuziehen. Die Cyanea capillata hätte Scotland Yard beinahe gerecht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.